Soraya, ein süßes Kinderpony, das sich nicht trenzen oder verladen lässt. Ihre kleine Besitzerin wünscht sich, dass das anders wird. Mein Name ist Ariane Thelden, ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferde-Physiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Onlineberatung oder auch die Onlinebetreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme ihres Pferdes. Ja, das ist Soraya. Wir werden gleich auf den Anhänger gehen, denn sie hat Schwierigkeiten um, ja eigentlich auch halfter Trenn, so über die Ohren. Rabea war gestern da, haben wir so eine Art Pilz oder so festgestellt. Es ist auch schon ziemlich krass zu sehen, dass es in den Ohren, das erklärt natürlich auch, warum sie das nicht so gerne über die Ohren machen will. Dann auf jeden Fall Zähne und Anhänger war auch noch ein Problem. Reiten soll sie wohl keine Probleme haben. So im Umgang ist sie total brav und also halb schon aufmachen können wir jetzt. Da braucht man ganz viel Ruhe. Und ich muss wirklich sagen, ich habe gestern als Trense drauf gemacht wurde, wirklich fast Tränen in den Augen bekommen. Nicht weil die Besitzerin das so schlecht gemacht hat oder so. Es ging ja nicht anders. Aber einfach, man hat die Panik in den Augen vom Pony gesehen. Jetzt weiß man natürlich auch, wo es herkam mit dem Ohr, mit den Ohren. Aber habe ich das nochmal ganz in Ruhe gemacht. Mit dem Halfter. Trense konnte ich gestern auch in Ruhe drauf machen. Nur da braucht man, es dauert jetzt auch nicht lange, aber es muss halt alles ein bisschen langsam passieren. Und ja, ist gut. Halt sowas. Sie hat jetzt Schmerzmittel drin, hat auch die Nacht sehr gut geschlafen. Haben wir auf unserer neuen Überwachungskamera gesehen, die der Kameramann installiert hat. Und zwar hat sie sich schön hingelegt und gepennt. Und ich glaube, da ging es da mit Schmerzmittel ganz gut. Jetzt hat sie nochmal Schmerzmittel gekriegt. Und jetzt probieren wir mal, wie es mit Anhänger so läuft. Ja, komm. Ja, ist gut, komm. Da will sie schon mal gar nicht hin. Beste Voraussetzungen für so ein Training. Das hatte ich gerade eben, als ich sie von der Koppel geholt habe, auch einmal. Wollte sie nicht wirklich mitkommen. Aber es macht nichts. Schau mal. Hier, guck. Lecker, lecker, ne? Das Tischchen. Magst du mitkommen? Ja. Magst du mitkommen? Na, also was ich so gehört habe von der Besitzerin ist, dass sie immer so weit reingeht, dass die Hinterbeine aber noch auf der Klappe stehen. Ja. Stütti, ich kann dir nur empfehlen, drauf zu gehen. Ganz, ganz viel hintereinander. Es ist lecker. Du kriegst keine Trense drauf. Du hast kein enges Halfter drauf. Du kannst einfach reingehen, was Schönes essen, dich kraulen lassen und wieder rausgehen. Okay? Sie kann natürlich auch einfach auf der Klappe stehen bleiben. Mal schauen, wie sie sich entscheidet. Ja, na, so. Stopp. Achtung, da geht's runter. Genau. Stopp mal. Ja, stopp mal. Die kann auch so drauf gehen. So. Ist nicht so schlimm. Gehen wir ein Stück zur Seite. Ja. Wenn sie nicht rückwärts zum Anhänger steht, kann sie eigentlich drauf. Genau, bleib mal auf deiner Seite hier. Auf deiner Seite bleiben. Genau. So ist fein. Soraya möchte tatsächlich erstmal auf der Klappe stehen bleiben. Und da die meisten Menschen nicht zu viel Geduld haben, wie Vicky oder Ariane, machen wir das jetzt mal ein bisschen schneller. Das ist mal eine ganz neue Perspektive. Jetzt bin ich in der Perspektive des Kameramanns und stehe hier, würde die Kamera halten. Ich glaube, dann ist das ganz schön lange. Ich denke jetzt schon, ey, es dauert mir eigentlich schon viel zu lange, wenn ich mir denn mal vorstelle, dass ich da zum Beispiel mit Luca, ich glaube vier Stunden, vor diesem Anhänger verbracht habe. Das war natürlich gefährlich, da war Action drin. Aber das fühlt sich tierisch lange an, wenn man hier einfach nur steht, wenn man da das Strickende hat und zu 100 Prozent dabei sein muss, dann geht das rum wie im Flug. Also das ist ganz krass. Und vor. Vor. Bleib auf deiner Seite. Bleib auf deiner Seite. Jawoll. Fast. Und vor. Und vor. Soraya soll ja von ihrer kleinen Besitzerin selbst auf den Anhänger gebracht werden können. Und daher wird sie nun von Vicky dafür trainiert. Sie geht augenscheinlich zwar nicht mehr unbedingt als Kind durch, ist aber tatsächlich auch erst zwölf Jahre alt. Auf Hof Eicheneck geht ihm irgendwie immer alles ein bisschen schneller. Fein. Ja, guck. Hier, da hinten steht die Schüssel. Genau. Ja, da steht schön Futter drin. Ja, ja, ja. Das ist ganz krass. Sie will immer die Hinterbeine draufsetzen und überlegt es sich aber. Toll. Nein. So. Jawoll. So, was ich ganz toll finde gerade bei Vicky ist, wenn jetzt die Soraya zurückgeht, ist es ja ganz häufig so, dass man jetzt als Führer in Anführungsstrichen, weil das ist sie jetzt ja gerade, sie möchte das Pferd in den Anhänger führen, Pferde ziehen zurück. Und ganz häufig sehe ich, dass dann versucht wird, gegenzuhalten. Also selbst so ein kleines Pony hält man nicht. Und wenn die zurückgehen will, dann geht die zurück. Weil die Soraya hat ihn jetzt ja quasi kennengelernt. Sie fahren zum Reitunterricht, sie fahren zu einem Training. Und letztendlich ist es gar nicht der Anhänger, der ihr wehtut, sondern es ist letztendlich zum einen der Weg dahin, nämlich auftrensen, aufhalftern. Denn hat sie ja ein ganz, ganz eng verschnürtes Halfter gehabt. Also es hat mir gestern wirklich in der Seele wehgetan. Und ich kann der Besitzerin gar keinen Vorwurf machen, weil die haben ein Riesenproblem mit ihrem Pony und haben sich fachkundige Leute geholt und die haben es denen so gezeigt. Und irgendwie funktioniert es damit ja auch, aber dass die Soraya wahnsinnige Schmerzen haben muss, wenn man so scharfe Haken hat, wirklich so scharf, dass die Handschuhe aufgeschnitten wieder aus dem Maul kommen. Dann dieses Trensengebiss, was wirklich, ja richtig Hautfalten kneift. So und wenn ich mir das vorstelle, dass diese scharfen Kanten mit diesem eng geschnürten Halfter, die schmerzhaften Ohren, das schmerzhafte Genick mit diesem strammen Halfter, was ich gar nicht, da bin ich noch nicht mal mit meinen Fingern drunter gekommen, um es abzumachen. Wenn ich mir das vorstelle, dass die Soraya das mit Anhängerfahren verbindet, dann das Reiten mit dem Gebiss mit Anhänger verbindet, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie den nicht positiv abspeichert. So wie die Trense und das Auftrensen, das aufhalf dann auch nicht. Und das finde ich ganz schade, weil es sollen Tierärzte bei gewesen sein und es ist von außen mit bloßem Auge sichtbar, dass da etwas in den Ohren nicht stimmt. Und ich fand es gestern ganz toll, dass die Rabea da war und sich wirklich die Mühe und die Zeit genommen hat, so viel Ruhe da reinzubringen, dass man wirklich reinleuchten konnte. Und da denke ich mir, also dass dieses Pony noch so brav ist beim Reiten, bei allem anderen, das zeigt nur ein echtes Kinderpony, ein super Charakter. Und wenn die diese Baustellen, glaube ich, abstellen, dann haben die einen Toppony, wirklich einen Toppony. Was sie halt jetzt immer macht, entweder versucht sie mit den Vorderbeinen immer auszubeichen, um bloß nicht noch einen Schritt nach vorne zu machen, damit sie die Hinterbeine nicht noch draufkriegen muss. Oder sie stellt so ein Hinterbein so schonend auf die Rampe und dann wieder runter. Ne? Ja, komm, komm. Ich weiß gar nicht, wie ein Pony sich so lang machen kann, um mit den Vorderbeinen vorne draufzustehen im Anhänger und mit den Hinterbeinen immer noch unten. Gut, so. Ja, es kaut uns. Schleckt sie schon? Sie überlegt ja auch schon die ganze Zeit. Und das macht sie aber auch noch ein bisschen länger. Das Ganze ist ein reines Geduldsspiel. Mal gewinnt Vicky und mal verliert das Pferd. Das muss eben auch sportlich gesehen werden. Kommt vor. Jawohl. Prima. Toll. Wenn ein Beinchen drauf ist, dann kann man auch was Schönes kriegen. Wäre nur schön, wenn es dann auch drauf bleibt. Weißt du? So. Ja. Halt. Ne? So. Weißt schon, so hinstellen. Und nicht nur drauflegen. Soll ich von hinten ein bisschen helfen? Nee, ist alles gut. Guck. Ja, fein. Auf Ariane hatte Soraya dann wohl doch keine Lust. Prima. Toll. Zurück. Richtig toll gemacht, Vicky. Auch, dass du sie wieder zurücklängst. Ja, bevor sie selber zurückgeht. Und du isst, dass sie auch nicht so viel frisst. Gut. Klasse gemacht. Ja, ist gut, ist gut. Vor. 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 Vielleicht geht es ja jetzt schneller. Nur weil eine Aufgabe einmal bewältigt wurde, heißt das nicht, dass das Pferd das auch nochmal macht. Gelernt wird meist nur durch Wiederholung. Davon, das Pferd zur Belohnung gleich wieder wegzustellen, weil es einmal das gemacht hat, was es sollte, hält Ariane nicht viel. Zur Belohnung gibt es hier was Leckeres. Und wenn das Pferd gelernt hat, dass es noch viel mehr davon gibt und das auch noch viel schneller, wenn es die gewünschte Lektion einfach immer wieder macht, dann brauchen sich beide nicht wochenlang damit aufhalten, sondern können ihre Freizeit besser anderweitig genießen. Einmal zum Auskauen eine runde Schritt. Soll ich dir mal was sagen, Vicky? Das war jetzt Gedankenübertragung, das war jetzt Telepathie, weil ich wollte gerade sagen, Mensch, vielleicht gehst du einfach mal eine Runde und führst neu an. Und was macht Vicky? Alles klar und ich habe gedacht, ich warte mal, was passiert? Ach, wie schön. Oh, wie schön, wie schön, wie schön. Gut. Alles gut, alles gut. Oh, der Freie, Freie. So, ich glaube, Küken darf ich nicht mehr sagen. Ich muss jetzt Trainerin Viktoria Telgen sagen. Gut. Trainerin Vicky. Ja. Würdest du das heute über den Tag verteilen mit ihr immer mal wieder machen? Ja. Dass sie das einfach merkt, dass die Maike das vielleicht morgen machen kann. Das hat ja gestern schon ohne Schmerzmittel bei dir super gut geklappt. Ja. Aber wir wollen sie natürlich da auch wirklich nicht traktieren, weil die Zähne sind wirklich eine mittelschwere Katastrophe. und die Ohren auch. Und ich finde es schon toll, dass sie sich so trennen lässt, wie sie es jetzt macht. Jetzt hat sie ja Schmerzmittel bekommen, einfach um zu gucken, wie die Schmerzen da sind. Und ob jetzt das Trennen ein bisschen einfacher ist, das würde das Ganze noch ein bisschen bestärken. Und einen Behandlungsplan letztendlich haben wir gestern auch von der Rabea mitgekriegt. Ich hoffe, dass wirklich die Besitzer zur Rabea hinfahren, weil dann wüsste ich wirklich, es wird anständig gemacht. Weil ich habe es sehr, sehr selten, dass es mir schwerfällt, diplomatisch zu bleiben. Aber bei der Soraya bin ich da wirklich im Zwiespalt, weil es ist so ein feines, brabes Pony. Und es soll für ein Kind sein, wo sie, glaube ich, perfekt für geeignet ist. Und es sind, wenn es alles so ist, wie es erzählt wurde, sind Fachkräfte dabei gewesen. Es sind Tierärzte dabei gewesen. Es sind Trainer fürs Verladen dabei gewesen. Es ist alles dabei gewesen. Und wenn ich dann sehe, dass Fachkräfte einer Mutter, einer Pferdebesitzerin, einem Kind zeigen, dass man ein Halfter so eng schnallt, dass nichts mehr möglich ist, kein Kauen mehr möglich ist, keine Bewegung mehr möglich ist und sich die Pferde dann aufhängen am Putzen, wenn sie merken, sie kriegen Druck auf die schmerzhaften Stellen, weil sie vielleicht mal zurückgehen, weil es irgendwo juckt, weil irgendwo sonst was ist. Und dann dieses enge Halfter noch mehr Schmerzen macht. Sie sich reinhängen in das Halfter, sich losreißen. Und das als Unart abgestempelt wird. Und ich will mal so sagen, eine Fachkraft, egal ob Bodentrainer, ob Tierarzt, ob Dentist, ob Sonstiges. Ich finde es traurig. Ich finde es einfach traurig. Und ich muss es jetzt einfach so sagen, auch wenn ich alle Prinzipien von mir damit über Bord werfe. Hier wurde einfach stümperhaft gearbeitet. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Und die Schwierigkeit ist es letztendlich, gegen diese ganzen vorherangegangenen Fachkräfte gegen anzugehen, weil auch die haben es der Besitzerin plausibel erklärt. Und für mich besteht die größte Schwierigkeit da drin, wo ich eine schlaflose Nacht jetzt hatte, nicht wegen dem Pony, sondern eigentlich wegen den Besitzern. Weil es wurde gestern so standfest quasi behauptet, es liegt ganz bestimmt nicht an den Zähnen, weil die wurden kompetent gemacht. Es liegt ganz bestimmt nichts in den Ohren, weil da wurde nachgeschaut. Und es muss irgendwas anderes sein. Und ich habe es gestern schon gesehen. Ich habe gestern schon ins Maul gefasst, als die Besitzerin das Sattelzeug geholt hat. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist ein, ich finde es eine große Schande, dass dieses Pony leiden muss, dass das kleine Mädchen ganz viel Spaß verdorben kriegt. Einfach nur, weil andere hochqualifizierte Fachkräfte ihre Arbeit entweder nicht anständig machen oder es denen egal ist. Einfach schlichtweg egal ist. Ich kann ja niemandem Studierten unterstellen, dass er es nicht kann. Aber das, was ich hier zu sehen kriege, ist einfach, ja, es ist ganz schlimm. Und das Pony nimmt mich ganz doll mit, weil das ist traurig. Richtig traurig. Ein Problem. Es ist natürlich auch, wenn ich mir das Auftrensen von gestern angucke, ich meine, die haben natürlich wirklich jetzt viele Probleme gehabt. Und man probiert ja selber ganz viel aus. Und ich habe halt gestern das Auftrensen gesehen von der Pferdebesitzerin, dass die vor der Soraya steht und das so da drüber macht. Das ist natürlich für so ein kleines Pony oder auch für Großpferde, wenn man sich dann so groß macht und so aufbaut, auch erschreckend. Und wenn man halt weiß, das Gebiss ist drin und dann kommt dieser hektische Ruck, dann kann ich mir vorstellen, kommt das eine zum anderen. Trotzdem war das wahrscheinlich so die einzige Möglichkeit, wie sie halt die Trense draufgekriegt haben. Und wenn dann natürlich gesagt wird, das ist alles normal, die hat nur keinen Bock oder so, dann wird es natürlich schwierig. Und ich glaube, die Aufgabe von Vicky und mir ist es, morgen halt einfach das Ganze so ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken, so ein bisschen da beizuspielen, dass man sagt, Mensch, in den Ohren ist definitiv was. Die Zähne sind nicht gemacht oder nicht ordnungsgemäß gemacht. Und die Soraya hat tiefrische Schmerzen. Und deswegen ist sie so, wie sie ist, aber sie ist ja immer noch totenbrav. So, und wenn ein Pferd nicht zeigen darf, es stimmt was nicht an mir, ich möchte nichts an meinem Kopf haben, dann glaube ich, muss man einfach gucken. Und dann muss auch ein Tierarzt genau gucken. Oder auch ein guter Bodentrainer muss das sehen. Das, ja, ich finde das ganz schwer. Ja, ich glaube, wir haben die Ursachen, glaube ich, aufgedeckt und auch gefunden. Oh, ist gut, ist gut. Das weitere müsste jetzt zu Hause passieren. Und dann, glaube ich, steht dem Spaßpony nichts im Wege. Ich schätze auch die Maike so ein. Und das ist so eine ganz kleine Schüchterne, so habe ich sie hier jetzt kennengelernt. Ich glaube, wenn man der das wirklich erklärt, sie ist neun, sie wird das verstehen. Wenn man das, ich wollte gerade sagen artgerecht, kindgerecht erklärt, wird sie das verstehen. Weil gestern die Beispiele mit dem Lehrer und setz dich hin und was passiert, wenn du aufstehst? Dann schluckt du sie schon. Ich sage so, würdest du das machen? So, warum nicht? Weil. Genau so würde ich das jetzt verpacken. Vicky vielleicht auch. Das ist Vickys erste Kommunikation mit Kunden in Anführungsstrichelchen, mit Pferdebesitzern, mit kleinen Pferdebesitzern. Und ich bin riesig gespannt darauf, wie Vicky mit ihren zwölf Jahren das morgen macht. Ich werde mir die Maike natürlich auch zur Seite nehmen und ihr das erzählen. Aber Vicky hat den ganzen aktiven Part gemacht, ganz alleine. Und von daher muss sie, der Maike, auch vermitteln, wie wichtig es ist, seinem Pferd Respekt gegenüber zu haben, wie wichtig es ist, sein Pferd zu loben, wie wichtig es für Soraya ist, dass man das jetzt alles ganz vorsichtig macht, weil sie starke Schmerzen hat. Und ich muss ihr morgen auch irgendwie erklären, warum ich nicht möchte, dass sie vorreitet. Sie möchte gerne vorreiten, das kann ich verstehen, aber mit Soraya-Szenen und mit der ganzen Problematik habe ich Bauchschmerzen, wenn ich einfach nur für den Film oder für jetzt einen menschlichen Part Soraya dem aussetze, wenn ich weiß, was da drin los ist. Und von daher würde ich sagen, die bringen die Baustellen ganz schnell in Ordnung, nehmen zu Hause ein schönes Video auf mit dem Handy, schicken es mir und dann gebe ich das in die Produktion weiter und dann kann das auch mit in den Film. Vielleicht habe ich so auch so ein bisschen den Nachdruck, dass vielleicht ganz schnell was passiert. Mal schauen. Was natürlich jetzt noch ansteht, ist der Sattel. Ja, Mama steht schon oder bereit für Sattel drauflegen. Sie guckt den an und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob der passt oder wie die Ausrüstung vielleicht auch schon sagt, ein bisschen zu eng ist oder naja, gucken wir mal. Halt. Soraya zeigt uns schon, wie ihre Meinung dazu ist. Ich gehe dann mal. Nein, ist alles gut. Guck mal hier. Schau mal. Pass auf, Soraya. Wir reiten nicht, wir legen den nur drauf, okay? Und halt ist halt, okay? So, hier vorne. Ist das jetzt nicht verkehrt? Vorne in der Schulter. Hier kommt ein ganz, ganz kleiner Druckpunkt, aber da würde ich jetzt sagen, was die Schulterbreite angeht, Niederrissfreiheit, absolut in Ordnung. Hier in diesem Bereich ist eine Brücke und man sieht ja auch schon, dass der Sattel sehr nach hinten abfällt. Der müsste also, wenn er waagerecht sein sollte, würde ich sagen, in diese Position. So, hier hinten gibt es jetzt Druck. Nicht so wie bei vielen anderen Sätteln. Ich könnte mir also vorstellen, dass wenn man den Sattel vorne ein bisschen breiter machen könnte, dann würde der ein bisschen tiefer rutschen, würde er hinten ein bisschen höher kommen. Vielleicht wäre die Brücke denn weg. Das ist immer so eine kleine Spekulation. Also da würde ich, wenn es denn nicht ein neuer Sattel sein soll, würde ich glatt mal einen Sattler fragen, ob man dieses Modell ein bisschen weiten kann, ohne dass was kaputt geht. Und dann wäre es der Versuch, glaube ich, wert, wenn man diesen Sattel weiter benutzen möchte, dass man das vielleicht hinkriegt, weil er hat wirklich trotz Brücke nicht viel Druck hier hinten. Hier ist der Schwerpunkt oder der tiefste Punkt hier ganz hinten. Und wenn ich das hier runter verfolge, ist hier aber auch schon die 18. Brustvögelkörper. Das heißt also, egal wie schmal die Person sein sollte, sie sitzt eigentlich direkt da drauf. Gehe ich jetzt nur durchs Gelände, möchte sowas nicht, wie Wolken, Angaloppieren in der Ecke, Zirkel reiten, Stellung, Biegung, sage ich mir immer, geradeaus durchs Gelände, okay, ist ein Kompromiss. Möchte man wirklich Dressur mäßig reiten oder auf dem Platz arbeiten, sollte man immer darauf achten, dass man so weit vorne sitzt, wie neblich. Das ist in dem Sattel natürlich nicht neblich. Super Süße, ganz toll gemacht. Komm mit! Ja, die Besitzer von Soraya kommen gleich. Wir haben jetzt gerade nochmal eben ein bisschen Trense drauf gemacht und alles sowas. Hat richtig, richtig gut geklappt. Ich bin guter Dinge, dass das die kleine Maike auch hinkriegt. Gucken wir mal. Wenn Soraya das jetzt nicht so gern mitmachen will, dann ist das so. Aber Anhänger haben wir ja auch oder habe ja mehr ich trainiert. Mama hat mir ja am Anfang Beistand geleistet, wie ich das machen soll. Wenn es mal nicht geklappt hat, dann war sie da ja auch und hat gesagt, wie ich das machen kann. Und ja, letztendlich klappt das jetzt richtig, richtig gut. Und ich hoffe mal, dass wenn einer von uns vorne die Futterschaufel hält, dass die Maike dann einfach entweder Strickwann halt legen kann und Soraya geht dann rauf. Oder dass sie einfach dann mit reingeht. Weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, sie kommen gleich und ich bin richtig gespannt. Also wir haben ja jetzt schon ein paar Siege geholt, ne? Also Sieg auch halt, ne? Ein. Ja. Okay, warte. Ja, ein paar Schleifen haben wir jetzt schon zusammengesammelt. Hier ist natürlich noch viel mehr Platz, ne? Bis zum Kameramann, wo der sitzt, kann natürlich auch noch ein bisschen was hin. Naja, also von diesen Schleifen hier kommen ruhig noch viel mehr dahin. Aber die blauen sehen natürlich auch sehr, sehr toll aus. Äh, aber es passt hier alles einfach nur perfekt hin. Vor allem, das harmoniert auch so schön mit diesem ganzen LKW. Und ich glaube, ich höre jetzt mal auf zu labern, weil das ist gerade ein bisschen komisch. So sieht das aus, wenn Vicky einen kleinen Werbeteaser für ihren eigenen YouTube-Kanal machen soll, auf dem unter anderem die Eichenecker unterwegs zu beobachten sind. Diesen gestellten Kram lassen wir aber dann doch besser mal weg. Wer dennoch auf Vickys Pferdewild vorbeischauen und ein Abo dalassen möchte, der ist hiermit herzlich dazu eingeladen. Na, freust du dich schon? Ja. Ja? Magst du das mal halten oder deiner Mama geben? Dann kommen wir mal gucken, ob wir den hier ran schieben können. Ach, ist die Bremse, glaube ich, fest. Hallo? Hi. Jetzt können wir ja schon mal, bist ja schon so schön hier vorgefahren. Oh. So. Ich schiebe mal von hinten. Wenn ihr lenkt. Ganz vorsichtig, dass wir nicht ans Auto fahren. Tja, Vicky möchte am liebsten deine Soraya hier behalten, weil das so ein Knuddelpferd ist. Nö, ne? Nein, die kriegst du wieder mit. Na, dann gehen wir mal gucken. Lass uns mal schauen, hä? Kannst ja mal hingehen. Guck, da ist er. Guck, da ist er. Guck, da ist er. Gerne der Maike erst mal alles erzählen. Aber du hörst ja sowieso mit, weil ich finde das immer ganz, ganz schwierig, wenn ich jetzt einfach in Erwachsenensprache rede und sie denkt, oh, mein Pferd hat ganz tolle Schmerzen oder mein Pferd hat dies, dass du dir keine Sorgen machst. Ich glaube, ich setze mich mal hin. Guck mal, jetzt kannst du dich so oder soll ich lieber stehen? Was ist dir lieber? Egal. Dir egal? Dann stehe ich. Du bist nämlich ja auch schon mega groß. So, ihr habt ja das Problem, dass du sie nicht auftrensen kannst alleine und nicht alleine aufhalftern kannst und dass sie manchmal so ein bisschen zickig ist. Ja. So, und ihr habt schon Tierärzte da gehabt, weil ihr schon Verdacht hattet, dass sie vielleicht was in den Ohren hat. Dann habt ihr einen Zahnarzt da gehabt. Alles habt ihr gemacht. Und wir haben jetzt unsere Rabea hier gehabt. Das ist ja auch eine Tierärztin, kennst du vielleicht aus dem Film. Nee, ist eine ganz, ganz nette und die hat dein Pferd ins Maul gefasst und kam wieder raus mit aufgerissenen Handschuhen, weil die so scharfe Kanten hat. Ganz, ganz scharf. Dass wahrscheinlich schon innen drin die Backe ganz neue Scheuerstellen hat und richtig aufgerissen ist. Und sie hat auch ganz starke Haken. Also der eine Zahn ist so, der andere geht plötzlich so hoch, dass die gar nicht mehr malen kann. Wir müssen ja beim Kauen immer in eine Runde gehen. Das kann sie gar nicht. Sie kann nur zur einen Seite, weil dann der Zahn immer an den anderen geht und nicht darüber weg. Und das macht ganz, ganz dolle Kopfschmerzen, richtig dolle Kopfschmerzen und ganz dolle Zahnschmerzen. Und wenn du ganz dolle Kopfschmerzen hast oder Zahnschmerzen hast und ich würde dich jetzt anfassen wollen an deinem Kopf, würdest du das gut finden? Nee, ne? Würdest du mit ganz, ganz dollen Zahnschmerzen gerne so ein Gebiss drin haben und dass man auf dir reitet? Nee, ne? Und was noch dazu kommt, das haben vielleicht die Tierärzte nicht gesehen. Wir haben auch in die Ohren geleuchtet. Man muss da aber gar nicht reinleuchten, weil das sieht man auch so schon. Die hat keine Milben, was man vermutet hat, sondern die hat einen Pilz. Weißt du, was ein Pilz ist? Bei manchen ist das eine Hautkrankheit und die juckt ganz doll. Und bei manchen tut das richtig weh und ihre Ohren sind voll mit Pilz. Die Ablangerungen, die man da sehen kann. Wenn ich die Besitzerin von Soraya wäre, dann würde ich heute nicht reiten, weil die ganz dolle Zahnschmerzen hat. Ich würde auch morgen nicht reiten, sondern ich würde erst mal zu jemandem hinfahren, der da aus den Ohren so eine Probe nimmt. Das tut ihr nicht weh, dafür kriegt die so eine ganz leichte Schlafspritze. Und dann nimmt man da was raus und untersucht das, damit man ein passendes Medikament für sie findet. Dass das weggeht, die Ohrenschmerzen und alles. Und im gleichen Zuge könnte man die Zähne schön gerade machen. Dann hat sie keine Kopfschmerzen mehr. Dann kannst du sie auftrensen, du kannst sie aufhalftern. Und ich glaube sogar, dass du sie dann noch viel schöner reiten kannst, als du es bestimmt jetzt schon tust. Das heißt also, dein Pferd ist ein super Pony. Du hast, glaube ich, das beste Pony, was du überhaupt noch haben kannst. Weil die ist ganz, ganz toll und ganz lieb. Und die hat auch auf alles Lust, wenn sie diese Schmerzen nicht hat. Okay? Verstanden? Oder noch eine Frage? Nö. So, und die Rabea, die hat gesagt, die wohnt nicht weit von hier. Die hat gesagt, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr mit Soraya zu ihr kommen. Und dann macht die alles in einem Rutsch, nimmt halt eine Probe raus, weil für Szene machen muss sie ja eh sediert werden. Und dann schickt sie das ein. Und mit Rabea, glaube ich, habt ihr eine Betreuung, die euch wirklich so weit bringt, dass sie komplett wieder in Ordnung ist. Nichtsdestotrotz haben wir fleißig mit ihr geübt. Das hat alles Vicky gemacht. Die muss dir also zeigen, wie das geht. Ich weiß nicht, ob Soraya das jetzt mit dir macht oder auch nicht. Das werden wir sehen, weil man darf natürlich nicht ihre Ohren knautschen. Weil die hat jetzt, seit Rabea hier ist, kriegt sie jeden Tag Schmerzmittel. Ja. Wir konnten auch ohne Schmerzmittel sie aufhalfern und auftrensen. Aber ich habe Rabea gefragt, was können wir machen, damit es so angenehm wie möglich für sie wird. Und deswegen kriegt sie jeden Tag jetzt ein kleines Schmerzmittel, damit es nicht so doll wie möglich tut. Und ich würde an deiner Stelle so ein liebes Pony jeden Tag knuddeln. Und immer wenn du zu ihr kommst, dann packst du dir einfach ein paar Bonbons in die Tasche. Pferde, Pferdeleckerli, Sonstiges. Und dann freut die sich, wenn du kommst. Und macht die Ohren nach vorne, wenn du kommst. Weil jetzt, wenn ihr sie geholt habt, das wusstet ihr ja nicht, dass sie Schmerzen hat, hat sie das stramme Halfter drauf gekriegt. Auf die Kopfschmerzen, auf die scharfen Zähne und die Wangen wurden ganz fest zusammengedrückt. Und alles hat ihr wehgetan. Und deswegen reißt die sich, glaube ich, los. Deswegen möchte die nicht mehr auf den Anhänger, weil wenn sie geritten wird, tut ihr ja alles weh. Wenn das weg ist, kannst du alles mit ihr machen. Das ist ein super Pony. Okay. Also ich gebe dir erstmal hier einen Pony. Guck mal, die kannst du dir in die Tasche stecken. Gehofft, dass ich tatsächlich irgendwie sowas als Info bekomme. Man kann es abstehen. Genau, keine Verhaltensgeschichten oder so. Nein, ich glaube, das ist ein richtig, richtig, richtig tolles Pony. Glaube ich wirklich, weil wenn die euch mit diesen Schmerzen noch nicht abgebockt hat, noch nicht gebissen hat, noch nicht getreten hat, ist das ein Charakter, der ist gar nicht zu bezahlen. Ja. Ist wirklich nicht zu bezahlen. Meike kann da super drauf, wie läuft der Meike dabei ist, ist das richtig klasse. Wenn ich jetzt zu ihr hingehe, macht es schon Ohren gespitzt, gehe ich rein, kannst ruhig mit reinkommen. Und dann gebe ich immer ein kleines Begrüßungslecker an ihr. Weil sie ja, ja, nö. Hallo, Schlafmodus. Schlafmodus bitte einmal aus. Bitteschön. Ja, finde ich ja okay. Und jetzt nehme ich halb da oben und packe das so an der Seite und stelle mich dann quasi so mit dem einen Arme unter ihren Hals und dann quasi so rüber. Okay. Jetzt mal probieren. Was ich immer gemacht habe, wenn sie es drauf hat und wir abgemacht haben, dass sie dann schön streichen. Und so, wenn sie merkt, dass das alles nicht schlimm ist, kannst du wieder drauf machen. Jetzt wird das zweimal machen oder so. Und dann. Meike hat nicht nur verstanden, was Ariane ja alles erzählt hat, sondern kann auch super einfühlsam alles umsetzen, was Vicky ihr mit an die Hand gibt. Wenn das nun auch beim Verladen so klappt, sollte den beiden zum gemeinsamen Glück wohl nichts mehr im Wege stehen. Kannst du mir das aber geben? Geh mir nur auf den Kopf. Du kannst auch gerne drin bleiben. Ich hole die Trense. Na, jetzt deine Silvaya. Haar. Haar, oder? Fehlt ihr jetzt nur noch die Trense. Na, dann wird das nicht wieder rausflutscht. Und jetzt machst du die beiden Händen lieber im Halbster. Und dann über die Ohren. So, was ich glaube, ist, dass auch, man sieht ja hier immer so ein bisschen so dieses Hellgestichelte zwischen. Ich gehe davon aus, dass, wenn ihr den Pilz behandelt und wenn ihr ein Blutbild habt und etwas dafür bekommt, dass sie wieder überall so schön, ich weiß nicht, wie sie sonst ist, ob sie ein echter Rappe ist oder ob sie dunkelbraun ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie wunderschön anfängt zu glänzen und ganz kräftig in der Farbe wird. Spürst du das nicht? Guck, da ist Luft. Merkst du das? Ja. Und wenn du weiter gehst, gibt es Druck. Ja. Das heißt, es wäre ein Versuch wert, wenn ihr jetzt unbedingt diesen Sattel behalten wolltet, wäre es ein Versuch, wenn man den ein bisschen breiter machen könnte. Ja, genau. Dann kommt er vorne ein bisschen tiefer. Ja. Und kommt in diese Position. Genau. Frage wäre nur, ob die Polsterung denn noch weit genug oben ist oder ob die denn hier unten liegt und da Druckpunkte macht. Das wäre jetzt ein Versuch. Ja. Ich weiß auch nicht, ob man den einfach weiten kann. Das müsstet ihr denn mal ein Sattel fragen. Ja, normalerweise, wenn sie voll im Training ist, auch schlanker und schmaler. Und das, was sie jetzt drauf hat, ist ja auch eigentlich zu viel und halt auch durch zu wenig Training und dadurch, dass wir sie ja auch nicht immer sofort dazu bewegen können, was zu machen, schön gemütlich geworden, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten habe ich schon ganz viel Schlimmeres gesehen. Also so ein schlechtes Gewissen hatte ich jetzt nicht, den Sattel mitzunehmen, aber ich weiß tatsächlich, dass der auch nicht ganz optimal ist. Und ich würde sagen, ihr habt, wenn das abgeschaltet ist, ein Traumpony, glaube ich. Das ist ein Pony. Sind noch Fragen da? Nee. Vielleicht fällt mir gleich nochmal eben das ein. Aber so war das schon, war das echt abgekehrt. Das, äh, okay. So, Maike, falls das nicht klappen sollte, ne, ist das nicht schlimm, weil dann können wir euch zeigen, was man macht, wenn es nicht klappt. Okay? Ja, Experiment. Ich bin gespannt. Ja, das kann dir wirklich alles zeigen. Ich kann mich einfach auf die der Futterschale reinstecken. Gut. Dann ist es einfacher, weil das ist doch viel das erste Mal. Dann alles in der Hand zu behalten, das ist doch schwierig. Ja, guck mal, dann nimmst du Anlauf. Guck, jetzt gehst du mal hin, ohne Tragezeichen. Ja, ich geh einfach rein. Hallo. Du machst das denn so hoch wie möglich. Bitte. Kasse. No, du kraulst. Sie schön. Feines, bitte. Total einfach. Ich weiß gar nicht, was ich vorher hatte. Deswegen haben wir jetzt gedacht, um das zu machen. Und die hat jetzt halt ein bisschen ausgetüftelt. Wie könnte es Maike alleine machen, dass sie Futter hat und da drauf geht. Tobi. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen weiterhelfen. Vielen Dank. Ja, wenn das wirklich alles so bleibt und anhält. Und das ist ja ein Traum, ne? Ich glaube das ganz fest. Ganz schnell, einfach, wenn ihr das machen wollt, anrufen. Das in die Wege bringen, weil wenn sie wenig Schmerzen hat, seht ihr, was das für ein Pony ist. Bist dufrieden mit deinem Pony? Ja. Kurz, knapp und bündig. Du konntest auftrensen, aufhalftern, abtrensen, abhalftern. Und was war die Krönung? Sie ist keine Leckerlis. Ja, du hast sie auf einen Anhänger geführt. Ja. Und zwar ohne irgendein Halfter. Also außer das, was sie drauf hat. Und noch nicht mal eine Kindkennenfunktion. Ja. Ja, eine ganz süße. Die Maike hat das toll gemacht. Vicky hat es aber auch super gezeigt und erklärt. Richtig toll. Ich glaube, wir haben da ins Schwarze getroffen. Die Mama hat alles richtig gut aufgenommen. Die werden jetzt tatsächlich einen Termin bei Rabea machen. Und ich glaube, dann sind die Weichen gestellt. Weil, also, wenn Soraya mit den Schmerzen kein abgeworfen hat, kein getreten hat und immer noch so brav alles mitgemacht hat, dann ist das ein Charakterpony. Dann ist das ein Toppony. Und die Kleine hat sich richtig gefreut. Sie hat zum allerersten Mal ihr Pferd gehalftert, abgehalftert, zum allerersten Mal getrenzt, abgetrenzt. Ja, und wo sie völlig platt war, ist, als Vicky denn mit Soraya einfach auf den Anhänger gestiegen ist, weil es gab auch schon mal eine Trainerin, die Anhängertraining gemacht hat. Aber die Soraya ist nur mit der Trainerin auf den Anhänger gegangen. Aber halt mit keinen anderen. Und wenn dann nur mit Kampf und ganz viel gefährlichen Situationen wirklich steigen, senkrecht vor der Mama in der Luft und all sowas. Und das sind natürlich Dinge, ja, die spielen sich denn ein. Es ist eine Riesenkettenreaktion, wenn man so scharfe Zähne hat, dass wirklich innen drin schon alles auf ist. Wenn das Kiefergelenk wehtut, dann auch noch die Ohren, dann ist das natürlich ganz, ganz schlimm, wenn man dann auch noch von einem Trainer gesagt bekommt, schnall das Halfter richtig fest, das Monty Roberts Halfter, damit die Druckpunkte wirklich richtig verteilt sind. Also ich weiß nicht, wenn man keine Hand mehr unter nichts, unter keinen einzigen Riemen kriegt, welchen Druckpunkt man da besonders haben will, weil das war alles einfach nur ein Druck. Und das bei einem schmerzhaften Pferd. Und ja, bei einer AKU wurde gesagt, das sind Ablagerungen. Es wurde irgendwie gar nicht weiter darauf eingegangen. Und von daher kann ich sehr gut verstehen, dass man denn als Pferdebesitzer sagt, okay, die waren vorher auch schon da. Es wurde von den Tierärzten nicht als Problem hingestellt, dass man denn nicht davon ausgeht, dass das irgendetwas ist, was Schmerzen macht. Kann ich mir auch vorstellen. Finde ich richtig gut. Jetzt geht's weiter. Ich würde mich über ein Video freuen, wenn sie ordentlich läuft, wenn sie keine Schmerzen mehr hat, weil die Maike wollte so gerne hier reiten und sie war so tapfer, als ich ihr gesagt habe, mach es nicht, weil mit Schmerzen ist das ganz, ganz gemein. So, dann haben wir einfach gesagt, kommt zu Hause, wenn alles klar ist, macht ihr ein schönes Handyvideo und dann kommst du auch mit in den Film. Da hat sie sich gefreut und jetzt ist sie hier mit Vicky noch schön durch die Gegend bezuckelt. Ganz toll. Jetzt geht's nach Hause. Jetzt muss ich schnell Rabäres Nummer schicken, damit sie einen Termin machen kann. Und das haben sie auch gemacht. Sorayas Zähne wurden von Rabäa wieder korrigiert und die diagnostischen Untersuchungen gleich mitgemacht. Auf Wunsch von Maikes Mutter wurde die weitere Behandlung dann wieder in die Hände ihrer bisherigen Tierärztin gelegt. Wir wünschen den dreien alles nur erdenklich Gute und bis bald. Euer Hof Eicheneck Team. Untertitelung des ZDF für funk, 2017